es gibt mal wieder einen neuen welt rekord in world of warcraft und um was es geht alles hier im video hey ich bin der fuchs und auf meinem kanal dreht sich alles rund um world of warcraft aktuell arbeite ich am world of warcraft quest welt rekord mit über 9000 quest videos und wenn du mich unterstützen willst dann würde ich mich jetzt über ein abo von dir freuen ich glaube mittlerweile ist wo das spiel mit den meisten welt rekorden und jetzt ist noch einer dazu gekommen es gibt einen rekord in world of warcraft wo man hintereinander saltos macht und der steht aktuell bei 16 doch jetzt wurde dieser gebrochen mit wahrhaften 17 saltis hintereinander ich glaube jeder hat schon mal getan und zwar einfach sinnlos mit seiner figur gehüpft egal ob ihr auf eure nächste raid gruppe gewartet habt oder einfach nur sinnlos in den hauptstädten rumgammelt man kommt doch auf die idee zu springen und dem zufall der saltis zu überlassen da kamen sogar die ein oder anderen auf die idee sich ein addon zu installieren was die saltos zählt nachtelf und blutelf fans wissen dass ihre charaktere in wo was besonders drauf haben denn bei jedem sprung entscheidet der zufall ob ihr hält einfach nur hoch springt oder aber eine drehung vollführt im falle der nachtelfen sind das saltis ww fan sing act direct stand mit seiner nachtelf droiden scheinbar arglos im westfall herum und fing dann an zu springen dabei reihte sich ein salto an den anderen bis der droide von sing act direct schließlich beim 18 sprung wieder ohne saltos hüpfte nach seiner internet recherche fand er heraus dass der aktuelle rekord bei 16 saltos liegt das gute ist dass er das beweisen kann und das mit einem video festgehalten hat das kuriose ist dass man diese sprung animation nicht zu 100 prozent als anderer spieler sehen kann deshalb hätte ihm das niemand geglaubt wie sieht es bei euch aus habt ihr schon mal versucht ein paar seit dies hintereinander durchzuführen schreibt mir doch mal euren rekord unten in die kommentare ich freue mich sie zu lesen und jetzt habe weiterhin viel spaß in world of warcraft und vielleicht seid ihr schon der nächste salto könig von etzeroth bis dann euer fuchs